ich wollte noch mal verstärken und hier oben gut im nächsten anlauf laut mal nach dann nehmen wir den noch so verstärken was bauen wir hier rein das muss nicht hübsch 1 2 3 4 ist ja nur dass sie mir vorne das schutzschild nicht wegschießen mit wenig mitteln so zu sagen hier hinten das passt verstärken warum es nicht mehr ist zu hochbeinig hätte ich gleich hier oben dran setzen können die 4 weg lassen können und ansonsten nahrung und sauerstoff wir bringen das sechs mal weg nächste welle müssen wir noch irgendwie abwarten oder ist das jetzt hier fertig 1 2 3 4 1 2 3 4 können wir noch bauen kannst du hier bauen nein du hast keine nährlösung mehr die schon mal oder nächst oder ist das noch nicht das ist noch der zu guten dann kommen wir her ach dann haben wir da noch einstecken nein da hin 1 2 3 wir nehmen wir zum ersten mal die salami weg 1 2 3 4 wo ist denn die jetzt hingeschmissen ach hier unten dann können wir doch gleich bis dahin ist da noch mehr da hier kommen wo ist das fleisch haben wir tomaten haben wir oh gereinigtes wasser brauchen wir dafür auch immer aber haben wir da gut da haben wir da haben wir da haben wir da hier brauchen wir eine nährlösung für nährlösung brauchen wir Gesteinsmehl da muss ich wirklich mal Gesteinsmehl haben das ist doch das aus das aus da ist die da rein dann brauchen wir noch Säuerstuch das brauchen wir nicht da haben wir hier auch mal Gesteinsmehl die nehmen wir mit die nehmen wir mit die packen wir hinten mit rein reicht die Energie noch jetzt reicht sie Sauerstoff reicht auch ich möchte nämlich erstmal eine Runde erkunden zum Notkümmerprometrium damit denn wenn alles klappt möchte ich mir mit dem geht es dann wesentlich besser dazu brauchen wir ein paar Energiezellen und Metallstücke das kriegen wir hin das geht nämlich wesentlich effektiver ab erkunden auch Ausdienz Launch Pass das packen wir mal hier 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 den wollen wir erkunden hier oben aus Kuba hat er trotz meiner Schicht gefunden ich weiß es nicht mehr das ist zu lange her das ist zu lange her Der ist viel zu behäbig. Was wirst du denn? Was wirst du denn? Du wirst Ghost Rider Biolabor. Daher komme ich. Wieso ist das andere nicht erkundet? Ach, das ist... ...ADM. Deswegen... Da war ich mal blind. So. Wir fliechen mal. Und dann sollten wir auch mal nacharbeiten. Wir fliechen mal Richtung Westen. Dreh mal ein bisschen die Kiste. Da schießt du. Und fort. Jawohl, ballistisches Schießen ist immer noch nicht möglich. Immer nicht. Immer noch nicht wieder. Aber auch nicht. Wenn ich dir die Füße abnehme, das drunter klatsche, das passt dann schon. Promethium. Ist mir jetzt auch nicht kein zu wichtig. Da ist noch eine Drohne. Da ist noch eine Drohne. Was machst du, Dronikowski hier? Ist Magnesium geschützt. Eine Dreitausender. Große Minigondrohne. Uiuiuiui. Promethium. Was ist das da unten? Plasmatrone. Oh oh. Da draußen sehe ich die Geschützturme. Ghost Support. Naja. Promethium. Danke. So. Kriegt man auch Erfahrung. Durch. Erkunden. Lässt sich auch extrem scheiße lenken. Fliegen. Ich brauche die großen Düsen. Später. Langsam durchs Grüne. Mal gucken was sich aufbaut. Nicht dass hier irgendeine Basis ist, dann habe ich verloren. So. Ah. Das ist natürlich jetzt so optimal. In beiden Richtungen bin ich auf der Hälfte. Damit haben wir den ersten Härte-Test. Eisenerzlager. Und was bist du dort? Kupferarzt. Und. Xenophortris. Alter. Tieflug. Das war jens tolle Tieflug. Xenophortris. Irgendwann. Da siehst du es. Uiuiuiui. Wir haben es mal schön vorbei gebaut. So. Und hier sind wir wieder. In unserem Revier. Und ich hoffe nochmal, dass wir noch... So. Pletzt die erste Drohne. Dann pletzt die zweite Drohne. Siehst du, wie weit die dann schon fliegen? Also du musst wirklich zurück. Das ist zum Kotzen. So. Wir gehen hier mal runter. Füße bauen wir später ab. Jetzt holen wir uns erstmal den Loot. Jetzt liegen sie schon mal ein ganz anderes verteilt, ne? An die Herren Entwickler. Das sind Automatiktürmchen da oben. drauf. Die dürfen automatisch schießen. Danke. Ja, das sind Kleinigkeiten, aber das macht einem schnell mal das Spiel kaputt. Und wo sind die anderen? Wenn du zurückkommst und auf deiner Basis ist nichts mehr drauf. Ich hatte das oft genug, dass ich dann wirklich sehen könnte, wie sie dann erst geschossen haben, als ich in Reichweite kam. Und bei jeder Runde, die ich irgendwo erkunden war, waren zwei von sechs Türmchen weg. Es gehen nämlich nicht mehr als sechs Türmchen drauf mittlerweile. Das ist an sich nicht schlimm. Aber wenn jedes Mal zwei Türmchen weg sind, dann ist das schlimm. Irgendwann kannst du nicht mehr nachbauen. Oh, da gehst du nicht erkunden, ne? Aber das ist doch schon mit... Ne, da brauche ich nicht hin. Schon ein großes Ziel erkunden gehen zu können. Oder zu dürfen. Musst du ja auch, um Ressourcen abzubauen. Und wenn irgendwo eine Basis looten wird, wie die hier, du musst ins und zurück. Und siehst du, wie du zusammengeschossen wirst? Ist blöd. Nicht. So, die jetzt sind wir mal jetzt die Füße ab. Haben wir Platz. Hammer. Irgendwas ist jetzt durchs Erkunden. Jetzt wird's laggy. Oh. Oh. Ne, haben wir oben drin. Das müssen wir vorher noch machen. Zurzeit auf 8. Das ist durch den Tag-Nacht-Wechsel gewesen jetzt. Aha. Gib mal die Blöcke her. Hier müssen wir unten drunter noch festen. Wenn sie mir hier gerne ausschießen, dann fülle ich gleich aus dem Himmel. Frei nach dem Motto runter kommen sie alle wieder. Geben fertig. Well, da ist etwas denke ich zu machen. O. O. F. Und dann gib mal die Füße. Die Füßchen? Können wir die auch reinkürzen? Jawohl, mach mal. Die bauen wir auch ab. Jetzt lassen wir die Füßchen wieder dran. Wie weit habe ich dich? Bis dahinten? Ja, so. Passt das? Ja, das passt. Und runter. Aus. Wie viel Mauchen braucht? Zu viel. Wir brauchen Prometium. Und wir müssen schneller wieder hier sein. Das heißt, einfach nicht treffen lassen. Rump-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Das ist einfach zu spät. Das ist ja alt. Da haben wir sie, da haben wir sie, da haben wir sie. Dahin. Einmal noch. Hier hin. Raus hier, einmal aus dem Osten. Wenn ich es zum Bau wollen. Wie weit noch? In die Richtung. Rümtümtüm, rümtümtüm, rümtümtümtüm. 30.000er, das ist schon mal spitze. Wo bist du? Bist du hier? Ne, nur 12 Meter. Ich park dich doch nicht oben drauf. Ich park dich doch nicht oben drauf. Wir parken dich schön drunter. Gleich mal in Richtung Heimat ausgerichtet. Na komm, 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 nicht zicken. F. F. Raus. Oh, mit 50 Metern, 36 Metern, da bist du auf der anderen Seite. Quatsch. Quatsch. Bist du nicht? Bist du nicht? Bist du nicht? Bist du nicht mal hier drin? Oh. Ich will mich hier jetzt 28 Meter durchbuddeln. Bei meinem Glück natürlich nicht, weil es richtig gut ist. Ich weiß, ich glaube, es ist schon richtig. Hoffentlich. Was? Ich muss jetzt auch mal Animationen. Ich hoffe, ich musste nachladen. Ich habe gar nicht geguckt, jetzt noch mal zwei Ladungen. Jetzt mal schnell hier einsammeln. Das muss schon. Eingekreist vom Prometrium Pallets. Jawohl, so kann man das machen. Oh, schönes Loch reingezogen. So, 128 ist fertig. Gut, das war's. Dann laute ich hier mal nicht nach. So kann ich vorsichtig sein. Na. So. Gypsilon. Hier, Saushal ziehen. Jetzt darfst du dich reinsetzen. Und wieder losfliegen. Das sollte eventuell eine Weile reichen. Erstbare Pflanzen finden. Ui. Ja klar, mal selber angebaut. Halbpflanzen könnten wir ja auch anbauen. Wir bleiben hier nicht, dass da von vorne was kommt, was uns wegschießt. Zack. Aus, raus. V. Und wir haben das Energieproblem erstmal gelöst. Zack. 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 Hier könnten wir noch fünf bauen. Das sind vier. Hatten wir aber das Problem. Nährlösung. Gesteinsmäh. Genau. Ja. Ja, aber wenn wir das wirklich können, dann können wir jetzt Stück für Stück die Sachen bauen. Wie sieht's wie aus? Energie. Wie sieht's gut aus? Das krieg ich. Ne, das geht drüben rein. Das geht hier rein. Und dann machen wir hier. Bauen wir in 900 Stück. Wie sieht's denn jetzt mit? Boah, man, die zuhören. Magnesium. Dann kannst du hier als zwei, wie sieht das, mit zum Beispiel jetzt. Bau mal damit nach. Quatsch. Ein. Bauen wir raus. Und wir bauen jetzt dann nach. Das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du alles nicht. Raumscherformer zum Erkunden. Dann machen wir gleich nochmal los. So, dann nochmal wieder so ein bisschen was einstecken. Und du baust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hinterher. Wenn das denn überhaupt funktioniert, das kostet 1. Das sind 90 Stunden. Das geht wenigstens. Wir wissen jetzt. Ja, in Smithỗi. Weil das Sport. Okay. Wir werden.